In diesem Video werden wir uns die verschiedenen Werkzeugbahnkorrekturen der WinMax Steuerung etwas genauer anschauen. Diese Einstellung dient dazu, das Werkzeug um den im Werkzeug einrichten eingetragenen Durchmesser zu korrigieren, so dass der Bediener lediglich die fertigen Maße der Zeichnung programmieren muss. Für unser Beispielprogramm haben wir zunächst über den SoftGF1 Werkstück Einrichten, über den SoftGF7 Weiter und den SoftGF1 Rohteilgeometrie ein Rohteil für unser Beispielprogramm definiert. Dieses sieht in der grafischen Simulation dann wie folgt aus. Anhand dieses Rohteiles werde ich Ihnen nun die unterschiedlichen Werkzeugbahnkorrekturen etwas genauer erläutern. Beginnen wir mit dem Linien- und Bögendatensatz und den möglichen Bahnkorrekturen. Diese unterscheiden sich etwas zu den Bahnkorrekturen der anderen Fräsdatensätze, wie Sie in den nächsten Minuten sehen werden. Beginnen wir mit der Programmierung unseres Datensatzes. Hierfür wechseln wir über den SoftGF3 Werkstückprogrammierung in den SoftGF3 Fräsen und definieren über den SoftGF1 einen Linien- und Bögenfräsdatensatz. In diesem können wir jetzt die freie Kontur programmieren. In unserem Beispiel starten wir etwas außerhalb unserer Kontur bei X-60 und Y-0. Unsere Kontur soll 10 mm tief in das Bauteil gefräst werden mit einem 16 mm Schafffräser. Zunächst möchten wir mit dem Mittelpunkt des Fräsers unsere programmierte Kontur fahren, also auf der Kontur. Beginnen wir mit der Programmierung der unterschiedlichen Segmente. Hierfür können wir über den SoftGF2 in das nächste Segment springen und beispielsweise über den SoftGF1 eine Linie definieren. In unserem Beispiel fahren wir zunächst in X und Y auf 0, fügen anschließend ein weiteres Segment als Radius einfügen ein, einen R10 in unserem Beispiel, und fahren anschließend mit einem dritten Segment einer weiteren Linie bis X0, Y-60 aus unserem Bauteil. Unsere programmierte Kontur sieht dann wie folgt aus. Wie Sie sehen können, fährt die Maschine die programmierte Kontur genau mit dem Mittelpunkt des Fräsers ab. Wenn Sie dieses Verhalten verändern möchten, müssen Sie nun die Werkzeugbahnkorrektur verändern. Ein Nareditieren der Werkzeugbahnkorrektur ist lediglich im Segment 0 möglich. Wenn Sie bereits in einem anderen Segment stehen, müssen Sie vorher in das Segment 0 zurückkehren. Mit den beiden Bahnkorrekturen links und rechts stehen Ihnen die beiden grundlegenden Bahnkorrekturen zur Verfügung, die die Werkzeugbahn einmal nach links oder nach rechts verschieben. Dieses entspricht dem klassischen G41 oder G42. Wenn Sie eine dieser Bahnkorrekturen nutzen, können Sie zusätzlich eine An- und Abfahrbewegung über den entsprechenden Parameter an Ihre Kontur anfügen. Die Größe ist hierbei in den Programmparametern hinterlegt. In der grafischen Simulation sieht unser Beispiel dann wie folgt aus. Wie Sie nun deutlich sehen können, wird unsere programmierte Kontur nicht mehr mit der Mittelpunktbahn des Fräsers abgefahren, sondern die Mittelpunktbahn des Fräsers ist um den entsprechenden Radius des Fräswerkzeugs versetzt. An den Anfang und an das Ende der Fräsbahn ist jeweils eine An- bzw. Abfahrbewegung ergänzt worden. Wenn jetzt noch das Restmaterial oberhalb unserer Fräsbewegung abgespannt werden soll, können wir uns eine andere Werkzeugbahnkorrektur zunutze machen. Hierfür verändern wir lediglich in unserem Fräsdatensatz die Werkzeugbahnkorrektur von links auf Umriss links absparen, wodurch wir zusätzliche Eingabefelder wie zum Beispiel die maximale Verschiebung erhalten. In diese können wir nun den maximalen Versatz eintragen, der abgespannt werden soll. In unserem Beispiel zunächst 50 Millimeter. Wenn wir diesen Versatz dort eintragen, verändert sich unsere grafische Simulation wie folgt. Die oberste Fräsbahn befindet sich bezogen auf die Verschiebung 50 Millimeter von unserer Kontur versetzt und anschließend wird mit einer seitlichen Zustellung, in unserem Fall von 50% des Fräserdurchmessers, nach innen weitergearbeitet. Wenn wir nun beispielsweise die seitliche Zustellung auf 75% ändern, werden wir weniger Werkzeugbahnen erhalten, dadurch, dass jetzt 75% des Fräserdurchmessers seitlich zugestellt werden. Mit dieser einfachen Programmierweise ist es möglich, große Mengen Restmaterial einfach zu zersparen. Möchten wir nun die andere Seite des Bauteils abtragen, können wir die Bahnkorrektur zunächst einmal auf rechts umstellen. Hierdurch wird nun nicht mehr oberhalb unserer programmierten Kontur, sondern unterhalb unserer programmierten Kontur verfahren. Auch hier ist es wieder möglich, eine Bahnkorrektur Umriss rechts zu nutzen, wodurch der gesamte untere Bereich abgetragen wird. Hierbei ist aber unbedingt zu beachten, dass bei der Umstellung von links auf rechts auch der Frässinn von gleich auf Gegenlauf geändert wird. Hier kann es zum Beispiel sinnvoll sein, die Bahnkorrektur auf Umriss links absparen zu lassen, aber über die Taste Korrektur mit der Auswahl des Konturstarts und dem Softkey F1 Kontur umdrehen, die Konturrichtung zu verändern. Durch diesen einfachen Trick wird nun auch mit einer Bahnkorrektur links der untere Bereich im Gleichlauf zerspannt. Der Frässinn wird hier also immer durch die eingestellte Werkzeugbahnkorrektur und die programmierte Konturrichtung definiert. Die beiden weiteren Werkzeugbahnkorrekturen, Tasche und Insel, können nur dann genutzt werden, wenn es sich bei der programmierten Kontur um eine geschlossene Kontur handelt. Hierfür habe ich bereits unser Beispielprogramm etwas angepasst. In unserem Beispiel haben wir nun ein Quadrat programmiert, das eine Ecke bei x-40 und y-40 hat. Natürlich kann es sich aber auch um eine komplett frei programmierte Kontur handeln. In unserem Beispiel ändern wir nun im Segment 0 unsere Werkzeugbahnkorrektur auf die Bahnkorrektur Tasche. Der Taschentyp definiert die Bearbeitungsstrategie unserer Kontur. Diese können Sie in vier verschiedenen Varianten einstellen. Entweder von innen nach außen, von außen nach innen oder Sie nutzen einen unserer beiden Trocheidalzyklen, Adaptipass Zickzack und Adaptipass Oneway. Diese unterscheiden sich lediglich in der Bearbeitungsstrategie. Bei Zickzack erfolgt eine Zustellbewegung im Gleich sowie im Gegenlauf und bei Einweg nur im Gleich bzw. Gegenlauf. Genauere Informationen zum Trocheidalfräsen erhalten Sie aber auch in unserem offenen Taschentutorial. In unserem Beispiel nutzen wir die Bearbeitungsstrategie von innen nach außen und auch hier können Sie wieder Ihre seitliche Zustellung definieren. In der grafischen Simulation sieht unsere Tasche dann wie folgt aus. Wie Sie sehen können, wird unsere komplette programmierte Kontur mit einem Taschenzyklus von innen nach außen ausgearbeitet. Die einzelnen Werkzeugbahnen sind hier jeweils 50 Prozent bezogen auf den Fräserdurchmesser versetzt. Mit der Werkzeugbahnkorrektur Insel ist es möglich Innenkonturen in einer bestimmten Tasche stehen zu lassen. Hierfür müssen Sie lediglich hinter der Tasche einen neuen Datensatz programmieren und die Werkzeugbahnkorrektur in diesem Datensatz auf Insel einstellen. Die Kontur in diesem Datensatz kann beliebig programmiert werden. In unserem Beispiel nutzen wir einen X-Start und Y-Start von minus 15 und anschließend wieder vier Linien, um ein Quadrat zu programmieren. Wenn wir die Eingaben vollständig ausgefüllt haben und unsere Inselkontur geschlossen haben, sieht die grafische Simulation anschließend wie folgt aus. Die Reihenfolge der beiden Datensätze im Tasche- und Inselschema spielt eine sehr wichtige Rolle. Diese können Sie sich über die Tastekorrektur sehr übersichtlich darstellen lassen. Es ist wichtig, dass immer zuerst die Tasche in dieser Übersicht steht und anschließend gegebenenfalls eine oder mehrere Inseln die Innenkonturen definieren. Es können bis zu 99 Inselkonturen in einem Taschendatensatz definiert werden. In allen anderen Fräsdatensätzen funktionieren die Werkzeugbahnkorrekturen ganz ähnlich. Wir wechseln nun über den SoftGF3 Werkstück Programmierung in den SoftGF3 Fräsen und definieren über den SoftGF2 einen Kreisfräsdatensatz. Dieser hat in unserem Beispiel einen X- und Y-Mittelpunkt von 0, einen Radius von 40 mm, auch diese Kontur soll 10 mm tief gefräst werden und wir nutzen unseren 16 mm Schaftfräser. Im Auswahlfenster der Werkzeugbahnkorrektur sehen wir, dass wir nicht mehr links und rechts, sondern zum Beispiel Innen- und Außenanfang haben. Die Fräsrichtung wird bei dieser Variante nicht über die programmierte Konturrichtung eingestellt, sondern über die Programmparameter im Bereich Fräsen 1 über die Fräsrichtung. Standardmäßig ist diese Parameter auf Gleichlauf eingestellt. Bei unseren programmierten Eingaben sieht die grafische Simulation anschließend wie folgt aus. Es wird ein Kreis mit Durchmesser 80 im inneren Bereich einmal rundherum abgefahren. Wie wir sehen können, bleibt hierbei natürlich etwas Restmaterial im inneren Bereich der Kontur stehen. Hier können wir uns auch wieder den Taschenzyklus in der Werkzeugbahnkorrektur des Datensatzes zunutze machen und den kompletten Bereich von innen nach außen beispielsweise abbearbeiten. Soll der Kreis nicht mehr von innen, sondern zum Beispiel von außen angefahren werden, können wir dies durch eine einfache Änderung der Werkzeugbahnkorrektur auf zum Beispiel die Auswahl Außenanfahren realisieren. In der grafischen Simulation sieht das Ergebnis dann wie folgt aus. Diesmal wird der 80 mm Kreis von außen rundherum angefahren. Um das Restmaterial an den Kanten des Bauteils zu entfernen, können wir hier zum Beispiel den Zyklus Profile Outside nutzen, indem wir hier wieder einen maximalen Versatz genauso wie beim Umrissfräsen im Linien- und Bögendatensatz eintragen können. Unser Ergebnis ist dann ein komplett zersparendes Bauteil, was von außen nach innen abgetragen wird und anschließend einen Durchmesser von 80 mm hat. Selbstverständlich kann auch dieser Kreis, aber auch alle anderen Fräsdatensätze mit der Werkzeugbahnkorrektur Insel versehen werden und als Innenkontur in einem beliebig förmigen Taschendatensatz genutzt werden.